Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir machen weiter bei der offiziellen Raumschiff-Sammlung mit Ausgabe 88 der WAKLAS. Da sehen wir also die WAKLAS, entschuldigt bitte, jetzt klappen wir das mal auf. Und ich war eben sehr überrascht, Höchstgeschwindigkeit Warp 4, das Ding tuckelt ja nur so durch die Gegend. Bin ich sehr, sehr überrascht, weil ich dachte immer Vulkanier-Schiffe schaffen Warp 6, Warp 7. Es ist ein Transportschiff, Zugehörigkeit, ja, halt zu den Vulkaniern. Im Dienst im 24. Jahrhundert, genau, im 22. Jahrhundert natürlich. Höchstgeschwindigkeit Warp 4, das hatten wir eben schon Länge, 110 Meter. Ich bin überrascht, das Ding habe ich deutlich kleiner in Erinnerung. Bewaffnung, Partikelstrahlen, äh, Käpt'n Vartavin. Okay, wir haben hier einen, einen Käpt'n genannt. Ist ja interessant. Ähm, die war Klass, war ein ziviles Transportschiff von Vulkaniern, die ihre eigenen Gefühle nicht unterdrücken wollten. Aha, ach, ja, klar, hm, ja, nein, wo stammt das her? Gefühle, das ist wahrscheinlich die Folge, wo Paul, ähm, gezwungen worden ist, an dieser Gedankenverschmelzung teilzunehmen, richtig? Ich glaube, ja. Da ist das Schiff das allererste Mal aufgetaucht. Okay, kaum Erinnerung an die Folge, das ist wahrscheinlich erste, zweite Staffel und erste, zweite Staffel von Enterprise umgehe ich gerne. Ja, hier sehen wir das Schiff, das Schiff schon an der Enterprise angedockt, hier die Innenräume, ja, 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 da ist der Typ, der dann da verschmolzen hat, ja, 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 ja. Ja, das Set hier sieht sehr, sehr Ferengi-mäßig aus. Da haben sie bestimmt irgendein altes Ferengi-Set wieder verwendet. Hm, ja, Surak darf natürlich auch nicht gehen. Oder was auch immer das für eine Statue ist. Ja, hier, hier, da habe ich das Schiff nämlich in Erinnerung. Ähm, das hier ist bestimmt aus einer der zahlreichen Schlachten zum Schluss von Enterprise, wo die Enterprise dann die Vulkanier dann, wie gesagt, die Andorianer gegen die Vulkanier unterstützt. Da ist das Schiff und so habe ich das halt auch in Erinnerung. Deswegen war mir immer so, dass das bloß so ein kleines Schiff ist, so ein kleines Angriffsschiff ist. Aber es ist doch deutlich größer, als ich dachte. Wo ich hier aber auch wieder sehe, dass es gar nicht so klein ist. Ach, es ist verwirrend. Es ist halt so ein One-Hit-Wonder, würde ich für einen dazu sagen wollen. Aufbau des Schiffes. Impulseintrieb in Ordnung, Warpssprulen in Ordnung, Partikelstrahlmütter ist das ganz hundertprozentig nicht, weil das ist hundertprozentig der. Deflektor, Sensoren-Einheit, Warp-Antrieb, okay, Förderer, irgendwas, Sensor-Verlangen, okay, Warp-Pylonen, nein, das ist hier eine ganze Warp-Gundel, liebes Heft, und nicht eine Warp-Pylone. Da sind die Pylonen. Da ist die Gundel. Okay. Das Design, der war klasse. Beim Design des vom Drehbuch geforderten, klein angeschlagenen Schiffes unterstützt das Visual Effects Team das Art Department. Also hier steht noch nicht direkt, wer es designt hat, aber, oje, das sieht aber schon fast organisch aus. Könnte fast ein Akkultschiff da oben sein. Hier haben wir eine Surak-Klasse, die ist noch von DuckDrexler entwickelt worden, das weiß ich, das ist müde. Äh, Vulkania, im 22. Jahrhundert, Star Trek Enterprise brachte uns die Vulkania näher und zeigte, wie sie ihre, wie sie ihr Misstrauen überwanden und vertrauensvolle Verbündete wurden. Okay, ja, stimmt tatsächlich. Die Enterprise neben der Surak, ja, die Suraks, die sind schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gigantisch, aber noch nicht so gigantisch wie eine De Cure. Aber, ich muss ehrlich sagen, ich mag die De Cure etwas mehr als die Surak. Ja, ich war schon immer ein Fan der Achtung. Zum Thema, da haben wir die Szene. The Pore, die gezwungen wird, an Gedankenverschmutzung teilzunehmen. Pyjam haben wir dann da drunter. Vulkan. Aber hier geht es jetzt sicherlich bloß um den Aufbau der vulkanischen Geschichte in Enterprise. Okay, entworfen von John Eves. Ah, John Eves hat, glaube ich, auch die De Cure entwickelt, ne? Ich glaube schon. Erster Auftritt, Verschmelzung und dann Fernsehauftritt in Enterprise und wichtigster Auftritt war die Verschmelzung. Wie gesagt, das CG-Modell haben sie dann ja des Öfteren wiederverwendet. Und das nächste Mal kriegen wir ein Schiff, auf das ich mich sehr, sehr freue. Ich weiß, ich bin da wohl einer der Einzigen, die das sagen, aber ich mag die Enterprise-J, Ausgabe 89 ist die Enterprise-J. Und ich bin mal gespannt, Track Yards hat hier ja da mit Dirk Drexler ein paar interessante Videos über die Enterprise-J gemacht. Ich bin mal gespannt auf das Heft. Ja, Enterprise-J, freue ich mich drauf. Gut, dann das Vulkania Transport-Dings-Schiff hier nochmal von oben. Und dann sind wir uns jetzt beim Modell. War klasse. Ja, das Schiff kommt mir bekannt vor. Ach ja, um das Schiff ging es ja eben gerade im Heft. Jetzt geht es weiter hier mit dem Modell. Und ich kann euch schon mal eins sagen, Metallanteil scheint es sich zu lohnen, weil das Schiff ist relativ schwer. Und Metall haben wir hier oben. Und Plastik haben wir dann hier unten. Ja, wir haben hier auch wieder den Spalt. Ich kann ja da mal ein bisschen ranzoomen. Ja, da seht ihr, also ihr seht schon hier alles Metall, hier alles Plastik, Wokon in Plastik. Ja, ähm, Deflektor, halbdurchsichtige gelbe Plastik, so wie es aussieht. Nicht weiß wie im Heft. Und was mir gleich hier vorne auffiel, die Partikelstrahlkanonen hier vorne, haben sie nicht eingezeichnet. Und die sind, äh, rot. Kein weiß. Hm. Ein bisschen merkwürdig, was mir eben auch schon auffiel. Hier hinten, der Impulsantrieb ist rot wie die Hülle. Und nicht so knallig rot, als wäre da der Impulsantrieb an. Hm. 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 Zumindest haben sie es anders, als war der Deküer geschafft, hier den Halbring, nennen wir ihn jetzt mal, blau einzufärmen. Immerhin etwas, ne. Immerhin etwas. Aber, das sind schon zwei Schwächen, wo ich eigentlich sagen muss, näh, näh. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht vergucke, sind die Dekerts hier ein wenig daneben. Ja, eben würde ich jetzt auch mal so sagen. Ja, naja, sieht danach aus. Hm. Aber sehr viele Höhendetails. Sehr, sehr interessant aus. Ich finde echt, dass dieses Schiff sehr, sehr organisch aussieht. Das könnte halt wirklich in einer Kultschiffer-Store sein. Sehr, sehr interessantes Schiff. Hm. Passt aber auch irgendwie wieder zu den anderen vulkanischen Schiffen, die wir gesehen haben. Aber trotzdem ist es anders. Ah, da haben wir nochmal solche weißen Dekerts auf diesen Höhen-Details hier. Die sind besser gesetzt, aber auch nicht ganz da, wo sie sein sollten, so wie es aussieht. Aber ich muss echt sagen, das Schiff als solches ist schon schön detailliert. Wir haben hier so ein Rostrot, möchte ich das mal nennen, als Höhenfarbe. Und, ähm, interessantes Weathering, also ich würde mal schätzen, okay, das sieht jetzt hier sogar ein bisschen blutig aus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich würde mal schätzen, ich würde mal schätzen, das sind die Cuts, die man hier aufgebracht hat, als Weathering, das ist nicht Weathering direkt. Ach, sieht, das sieht gruselig aus hier unten, das Schiff. Das haben wir aber hier überall verteilt, hier vorne auch, an dieser Spitze, da haben wir auch nochmal so ein komisch blutiges Weathering. Hier ist sicherlich die Brücke. Okay, das sieht sehr interessant aus. Es sieht aus, als würde da oben eine Lebensform drauf geparkt haben. Oder als könnte die Brücke ein Extraschiff sein, irgendwie ein extra Shuttle oder sowas. Das ist interessant, genauso wie das hier vorne, dieser Ring. Interessant. Aber auch das sieht wieder sehr, sehr organisch aus, sehr, sehr, ähm, lebendig. Auch hier könnte ich mir wieder vorstellen, dass sich da ein Tier drauf geparkt hat. Vorne ist das Maul, seht ihr das? Interessant, ihr Vulkanier, ihr, was ihr hier so baut. Juh, wir gucken uns das Schiff nochmal ganz kurz von hinten an. Wie gesagt, sie haben es geschafft, das hier blau einzufärben, anders als bei der Ducure. Hm, hier sieht es einfach so aus, als würde was fehlen. Ja, ich finde es halt echt schade, dass der Impulsantrieb nicht rot eingezeichnet ist, dass der Höhenrot ist. Ja, ähm, wartet mal, ich schaue mal ganz kurz ein Stückchen raus. Ja, jetzt kann man das besser sehen hier von unten. Interessante Ausstiege hier. Stimmt, um Antimateria abzulassen. Einmal von links das Schiff. Ja, es sieht aus wie ein Boot. Seien wir mal ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass das doch im Wasser schwimmen könnte. Links, ähm, von oben. Oh, sind das Rettungskapseln? Das könnte natürlich auch sein. Und nochmal von vorne. Hm, na gut, okay. Das letzte Mal beim, äh, was hatten wir beim letzten Mal eigentlich für ein Schiff? Lass mich ganz kurz nachdenken. Beim letzten Mal hatten wir, oh man, das ist jetzt schon wieder vergessen, das Hornschiff und, äh, ich weiß es nicht. Ähm, beim letzten Mal war auf jeden Fall der Ständer nicht schlecht. Ach, richtig, die E.ON. Die E.ON hatten wir das letzte Mal. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, wie hält sich hier der Ständer? Übrigens, ähm, die Greifer sitzen sehr gut im Sockel. Sehr, sehr fest, aber auch nicht zu weit oben oder irgendwas. Der sitzt wirklich perfekt und das Schiff sitzt auch sehr, sehr gut im Ständer selbst. Ja, Ständer ist gut. Mhm, cool, nicht schlecht. Gut, dann kommen wir zur Vergleichsflotte. Da haben wir unsere Vulkania-Flotte und das ist ja auch wirklich die richtige vulkanische Flotte, die wir in Enterprise gesehen haben. Es gab ja bloß die drei Schiffe, ne? Ich glaube schon. Ja, cool, nicht schlecht. Hier haben wir also die komplette vulkanische Flotte und macht ganz schön was her eigentlich, auch wenn die Wack-Klasse jetzt natürlich viel zu groß ist und nicht im Scale. Dennoch muss ich ehrlich sagen, also man sieht hier schon eindeutig, wie John Eves bei der Vida de Cure an die Surak gedacht hat, weil hier vorne diese spitze Nase, sage ich jetzt mal, ja? Ja, und dann haben wir hier dieses Schiff und es ist doch mehr anders als ich dachte. Sehr, sehr anders. Wenn ich mir das gerade mal so angucke, das Einzige, was wirklich richtig hundertprozentig vulkanisch ist, ist die Farbe, die Lackierung, der Paintjob. Aber eigentlich ist es schon fast mehr klingonisch. Ja, okay, wir haben hinten diesen Halbkreis als Warpantrieb. Okay, ich spiele mit, aber hier vorne diese Spitzen erinnern mich gerade irgendwie an die Wortschaff, wenn ich ehrlich bin. Sehr, sehr interessant. Muss ich ein bisschen revidieren, was ich eben gesagt habe. Es ist doch anders. Aber trotzdem irgendwie vulkanisch. Es ist ein interessantes Schiff, aber darf ich ehrlich sein? Ich finde das jetzt nicht sonderlich schön, das Schiff. Du musst dich ehrlich mal so sagen, ich bin jetzt irgendwie kein großer Fan von diesem Schiff. Das ist irgendwie merkwürdig. Es ist vulkanisch, aber auf den zweiten Blick ist es auch irgendwie wieder ein bisschen Suliban, so ein bisschen klingonisch. Wenn ich lange genug drauf gucke, fällt mir wahrscheinlich auch noch irgendein Delta Quadrant Spaces ein. Spaces, toll betont, Lutz. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie, hm. Hm. Nummer 88, die Wacklers. Was soll ich zu sagen? Ja, also ich meine, ähm, ich bin mir nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Also das Modell als solches ist jetzt nicht mal so schlecht. Es gibt einige Fehler, die gemacht worden sind, einige Details, die vergessen worden sind. Wir sehen hier vorne gleich auf Anhieb die, ähm, die Fenster, die da nicht ganz passen. Ähm, wir hatten hier halbdurchsichtige gelbe Plastik, obwohl ich mir sagen muss, könnte fast passen, auch wenn der Deflektor hier natürlich weiß ist. Aber trotzdem wirkt das auch irgendwie gelb hier am Rand. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollte ich irgendwas da so an diesen gelben Rand einfangen als das Weiße. Ich meine, bei der Constitution-Klasse haben sie ja zum Beispiel auch bloß einen blauen Deflektor reingeklebt, oder bei der Ambassador, wo doch die Mitte eigentlich sehr, sehr weiß war. Na gut, ähm, die Partikelstrahlen hier vorne, die haben sie ja total weggelassen, beispielsweise. Ähm, der Impulseintrieb war gar nicht eingezeichnet. Tja, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Höhende Teile sind auf jeden Fall wieder da, sehen gut aus. Der Paintrap gefällt mir sehr, die G-Kerz gefallen mir. Ja, es ist okay, das Schiff. Ich sag mal, es ist okay, das Schiff. Gut, Leute, das nächste Mal kommen wir aber zu einem Schiff. Da erwarte ich ein bisschen mehr. Und ich hab irgendwie so das Gefühl, dass wir da auch, dass ich da persönlich auch nicht so sehr enttäuscht werde. Und zwar die Enterprise Jot. Also, bis zum nächsten Mal. Schausen. Schausen.